Ich bekomme das Signal, dass ich das Ergebnis aufrufen kann und bitte jetzt das Ergebnis anzuzeigen. Es wird immer spannender. Sie sehen also, wir haben jetzt wieder eine Stadt, die in diesem Durchgang ausscheiden wird. Es ist nicht so, zur Erklärung nochmal, dass alle Städte die gleiche Qualität der Stimmen haben. Sie sehen jetzt, Frankfurt am Main ist die nächste Stadt. Frankfurt am Main ist ausgeschieden. Jubel in Hamburg, Düsseldorf und Leipzig, Trauer in Frankfurt, Jürgeni. Ja, ich denke, so kann man das auf einen Nenner bringen. Wir können das alle hier irgendwo nicht ganz nachvollziehen, aber das ist normal, dass hier so reagiert wird, auch mit Pfiffen, mit Enttäuschung. Aber ich denke, wir sollten den Spieß umdrehen und sagen, es kann hier heute nur einen Gewinner geben. Das ist eben nicht Frankfurt. Lebbe geht weiter, hat hier mal ein bekannter Fußballtrainer gesagt. Und ich glaube, auch der Sport wird in Frankfurt entsprechend weitergehen. Also die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Mir tun nur die vielen enthusiastisch ans Werk gegangenen Freiwilligen leid, die so viel Emotion hineingelegt haben in diese Bewerbung. Es hat nicht sollen sein und wir freuen uns dann auf den Gewinner. Zurück nach München.